Ja, du bist es, der das alles hier träumt. Den ganzen Gesprächsstoff, die ganzen Formen, Bewegungen, Vibrationen und magnetischen Felder. Ja, du, und du bist kein Teil in dem Riesentraum. Du bist nicht eine Traumfigur, die dann wieder träumt von anderen Traumfiguren. Nein, du bist das, was der Traum ist. Und auch wenn der Traum je aufhören könnte, wärst du immer noch das, was ist. Doch der Traum wird nie aufhören, denn er ist genauso unendlich wie das, was du bist. Ja. Ja. Na ja. Oh, ja, 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 du Duckelhober. Ja. Ja.